Du kannst auch dann so viel einsparen hier. Allein die Baumwollfelder und die Tabakfelder sind so riesig. Das ist schon ganz angenehm, wenn wir die sparen können. Ah, ich kann hier doch keine Orchideen, weil ich Orchideen Fruchtbarkeit nicht habe. Sehe ich gerade. Kann man die vielleicht kaufen? Ah, dann müsste ich wieder eine Handelskammer machen, ne? Aber es wäre natürlich smart, wenn wir die hier unten hätten eigentlich. Aber ich habe nur noch 20 Einfluss. Dann kann ich nichts mehr kaufen danach. Das ist irgendwie ein bisschen blöd. Ein bisschen blöd. Ja, und Gewürze kann ich hier auch nicht, oder? Naja. Aber Gewürze kann man sowieso nirgendwo. Muss man das auch kaufen? Ne, ich bin mir nicht sicher, dass mir niemand gefolgt ist. Isabel Sarmento. Die hat auch halt... Also in so einem Punkt, wo wir angekommen sind... Na gut, das hier, aber das braucht man auch nicht. Du siehst es ja selbst. Alles bei uns ist knapp, wie gewöhnlich. Tortierbäckerei und Jalea-Küste. Naja. Jalea-Küche meine ich. Jalea-Küste, habe ich Jalea-Küste gesagt? Kennt ihr die berühmte Jalea-Küste? Sehr schön dort. Na gut. So, Schiff ist schon wieder da. Dann nimmst du mal... Ich habe keinen Bock, das zu suchen. Ne, 100 nicht. Mach mal so. Wie viel Stahl habe ich hier unten? Ah, 44 wird wohl nicht reichen, war. Wenn... Ich immer 20 pro Traktorscheine brauche, bräuchte ich noch ein bisschen mehr. Nehmen wir noch ein Stack mit. Dennis Yud. Aber kann ich denn... Wenn ich hier jetzt die hinbaue? Ne, der hat Fruchtbarkeit. Okay. Aber der wahrscheinlich nicht. Ne, der hat keine Fruchtbarkeit. Ich könnte zumindest Chilisauce mitnehmen. Ähm... Für die Lebensqualität. Nur ohne die Verantwortung. Zwei pro Gebäude ist schon nicht so bad, ne? Eigentlich schon ganz okay. Wir sollten aber erstmal eben gleich das nachbauen, was wir... Was wir brauchen. Also was wir... Was wir zu wenig haben. An... In Produktion. Okay, Musik ist einfach aus. Jetzt ist sie wieder da. Und dann gucken, dass wir das... Dass wir neue Sachen bauen. Wir sollten auch wirklich wahrscheinlich mit einem zweiten Schiff auf der Insel arbeiten. Einfach sicher, sicher. So, dann hat man halt wenigstens Ruhe. Weißt du, so. Das Problem ist, wir nehmen ja... Wir haben ja schon zwei Sachen zu wenig. Von der Lebensqualität. Seife habe ich noch gar nicht wieder angeguckt. Wir haben das zu wenig. Wir haben das zu wenig. Guck mal, das sind pro Gebäude sechs Leute, die ausziehen. Das könnte ich mir nicht erlauben, wenn das mal auf null geht. Weil dann habe ich nicht mehr genug Arbeitskraft. Deswegen muss ich das zuerst nachbauen. Und dann können wir natürlich drüber streiten. Hätte ich beinahe gesagt, wie viel wir... ...dazu brauchen. Und wir haben uns ja jetzt auch... Ja, keine Ahnung. Lange, lange Zeit nicht um N-Beser gekümmert. Also wir bringen ja hier alles, was hier aus der alten Welt... Also noch von der alten Welt kommt, kommt ja nicht von Cap Trilorny. Sondern kommt ja von der alten Welt tatsächlich. Also von der ersten Map, wo wir da waren. Das heißt, das ist ja super... Lange her. Das haben wir ja damals noch gemacht. Also seit wir Cap Trilorny haben, sind wir kaum in N-Beser gewesen. Deswegen jetzt natürlich mal eine Optimierung notfällig, vor allen Dingen notwendig ist, würde ich behaupten. Und das haben wir beim letzten Mal ja schon angefangen. Und jetzt machen wir das einfach weiter. So, jetzt bist du doch bestimmt hier angekommen. Oder Schifflein? Yes. Werder, wie gut. So, jetzt können wir optimieren. Hoffentlich. Wahrscheinlich fehlt mir gleich wieder irgendwas. Egal. So, wir haben 1, 2, 6 mal Tabak. 1, 5 mal richtig. So, jetzt haben wir gar kein Tabak mehr. Achso, man kann ja jetzt entspannt hier bauen. Und ich würde erstmal mit einem... Mit einer Traktorscheune sagen. Wir bauen uns 3, hätte ich gesagt so. Äh, Sommelier Raymond. Okay. Das ist krass, wie heftig du die Attraktivität von dem Weinkeller boosten kannst. Das ist irgendwie crazy. So, warte, wir haben 4. Das passt noch nicht. Da ist noch irgendeiner, ist noch nicht... Doch. Doch, wir haben 4. Das reicht nicht. Doch, das reicht. Lol. Okay. Wir bauen nur 2, habe ich ja gesagt. Leute, hört mir doch zu. So. Hier müssen wir ein Meer bauen. Und das wird jetzt Asynchron dann wahrscheinlich. Das heißt, wir bauen... 2. Das gefällt mir nicht. Lieber so. Das passt besser. Das passt besser. Das passt besser. Alles Join. So. Ja, was wir natürlich nicht haben, ist Strom hier. Und Strom macht hier auch keinen Sinn. Außer wir sagen, wir machen ein Windrad. Das kostet mir aber wieder Einfluss. Ich glaube, die paar Gebäude, die wir hier haben, die bisschen Arbeitskraft, die wir damit haben, da können wir auf Strom verzichten, würde ich behaupten. Das wäre irgendwie ein bisschen Quatsch, habe ich das Gefühl. Ach so, da geht nicht mehr. So. Jetzt würde ich aber das auf jeden Fall auch irgendwie hier mit hinstellen, denke ich. Aber nicht in die Hacienda, sondern... ...irgendwie vielleicht so. Und wir müssen davon noch einen haben. So. Conchos reichen noch. Die können auch hier stehen bleiben. Genauso wenig macht ein Silo keinen Sinn, weil wir dann Mais machen müssten. Das wäre auch Quatsch. Ja, wir produzieren jetzt mehr Baumwolle, als wir müssten. Es geht aber auch nicht anders. Wenn wir das hier drehen. So ist gut. So, jetzt würden wir noch einmal... Ja, die Frage ist... Wenn wir hier Chili-Soße machen... Wir können ja einfach mal gucken. Wir geben sie mal frei. So. Weil dann sehen wir, was wir für einen Bedarf haben. Chili... Ach so. Chili-Soße. Null. Wir sind trotzdem bei Null. Das heißt, eine Produktion wird reichen. Also, wenn wir eine Dings bauen. Rückenwind 2. So. Okay. Rückenwind 2. Wir sind auf dieser Route... Ich habe die noch gar nicht benannt. Die Insel unten. Ich habe das irgendwie nicht gemacht. Genau. Und ihr ladet einmal Chili-Soße mit auf. Seine Krawatte ist echt Chili-Soße. So. Und dann können wir uns überlegen, ob wir das irgendwie noch mit euch Ideen machen. Wobei ich halt noch nicht weiß, wie ich euch Ideen Fruchtbarkeit bekomme. Und ich noch nicht weiß, ob es dann überhaupt sich lohnt. Eine Handelskammer dafür zu machen. Da müsste ich noch mal gucken. Wir haben auch irgendwie hier, glaube ich, nicht so viele Eurideen. Ich weiß auch gar nicht, wo wir die herbeziehen. Irgendwo hier? Nee, das sieht nun nicht so aus. Da ist keine Fruchtbarkeit. Hier ist eine Fruchtbarkeit. Hier sind sie. Wir produzieren 16. Wir brauchen nur 12. Warum ist dann das... Lager ist voll. Wir sind... Ja, Aluminium Lager ist auch voll. Okay. Weil wir da drüben nicht so viele Eurideen haben. Warte mal, wir produzieren 16 Orchideen. Wie viel Aluminium produzieren wir denn? 12. Das ist dann irgendwie Quatsch, dass Orchideen nur einen Slot haben, oder? Scheiß auf Aluminium. Wir haben so viel davon. Dann lass uns lieber Orchideen machen, so. Ich kann aber sonst nicht wirklich Inseln mit Orchideen. Ich habe echt wenig davon. Hier wäre noch was. Könnte man sonst überlegen, ob man einfach sagt, ich mache hier eine Orchideen-Plantage hin, eine. Und das, was die hier farmt, bringe ich mit einem Schoner hin und her. Also mit so einem ganz kleinen Popelschiff. Wäre wahrscheinlich mit Abstand die billigste Möglichkeit, ne? Kostet mich ein Schoner denn auch schon irgendwie Einfluss? Ein. Ja, scheiß drauf. Ach so. Keine Arbeitskraft. Obwohl es geht. Können wir irgendwas lahmlegen? Und bestimmt hier das hier. Ja, das hier können wir lahmlegen. Segelei können wir lahmlegen. So. Genau, okay. Das planen wir, so eine Orchideen quasi hier hinzubringen und von hier damit noch ein Besser zu nehmen. Okay. Ist keine perfekte Lösung, aber ist, glaube ich, mit Abstand die billigste Lösung sozusagen. Das heißt, wir bauen jetzt hier einmal Gewürze. Ja, lass mal eben ohne Traktor erstmal machen. Einfach ein Block. So. Ja, die Felder. Genau, wir quadrat bauen. Ja, ja, haben wir hier gemacht. Guck mal so, ne? Aha, lustig. Quadrat. Aha. So. Zwei Minuten. Oh. Okay. Hm. Ich wusste nicht mehr, dass die zwei Minuten brauchen. Weil der braucht eine Minute. Lass mal eben gucken, wie viel wir, ob das nicht schon reicht. Das reicht schon locker. Okay. Hm. Wenn wir jetzt hier einen Traktor anbauen, haben wir aber so viel Überproduktion. Das macht keinen Sinn. Das heißt, ich würde sagen, wir bauen einfach, ja, schade. Einfach eine zweite. Nur eine kleine Aufmerksamkeit. Und dann sind wir sauber. Wir haben auf die Route das ja schon mitgenommen jetzt, ne? Ja. Geil. Ups. Okay. Geil. So. So. Dann haben wir die Insel fertig optimiert erst mal. Da kommen dann jetzt noch euch. Warum? Was ist das denn hier? Ach, Kaugummi. Da kommen dann jetzt ja noch vom Stapel gelaufen. Der Schoner ist schon fertig. Was ist denn hier los? Riesenwasserquadrat Lode. Wie heißt die Insel? Gongaga. Mi? Gongaga. Hier wollte ich nicht hin. Wir helfen, wo wir können. Du, nee. Du fährst erst mal da hin. So. Dann geben wir hier mal eben Orchideen frei. Und dann können wir mal gucken. Wie viele wir brauchen. Orchideen frei. Stand jetzt. Das heißt. Wo ist denn hier eigentlich der Tank? Dings. Hier. Ich würde vielleicht das Ding nicht in das nicht unbedingt in die ja, passt. nicht unbedingt in die Hacienda bauen, weil die Hacienda hier nicht so groß ist. Perfekt. Oh, einer reicht gar nicht. Oh. Oh, nicht mal ansatzweise. Oh, nee. Stopp. Stopp. Benzin ist noch nicht da. Abwarten, Leute. Auf ihren Routen ist ein Problem. Wir können keine Chilisauce lagern. Das ist okay. Bis sonst or litter. ��� GTD Bis�t. Bis Подjuba��. Bis PuesSort. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Cause Suki. Bis bald. 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 Untertitelung des ZDF, 2020